Es ist ein Aufnehmen. Also ich habe da die App installiert und zwar und zwar ist es hier die Original Signonics Ich habe den Eingang, Entschuldigung, gemacht habe ich den Eingang, Wohnzimmer Eingang und jetzt mache ich ein neues Gerät dazu. Hier sieht man hier, das ist ein Adapter. So, wenn ich das Gerät hinzufügen möchte, klicke ich einmal auf OK. Warum auch immer, Gerät hinzufügen. Dann geht es etwa 30 Sekunden. Und dann kommt das Gerät mit Comet Blue. Vielleicht muss ich einfach näher ran hier. Ganz nah einmal Gerät hinzufügen. Warte mal, hier OK. So, jetzt. Ja, Comet, ja! Näher ran war die Lösung. Comet Blue. Jetzt kann ich aber wieder weg. Gut. Jetzt hat der die ID. Jetzt mache ich hier Juli. OK. Fertig. So. Jetzt gehe ich zurück. Das ist Juli. Geht eine Weile, das ist normal. Okay, so langsam. Gehen wir ein bisschen näher hin. So, jetzt hat der das auf jeden Fall geladen. Und jetzt kann ich das hier einstellen. Und wir hören mal ganz genau hin. Fertig? Ja, fertig. Das ist die Locierte. Ok, das 애st modify. aber miracles wurde.